Warum mache ich es so? Weil diese vermeintlich harmlosen Symptome, die sollten Sie bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jeder von uns hat ab und zu mit Durchfall zu kämpfen, klar. Aber auch wenn das keine schöne Erfahrung ist, keine schöne Sache ist, sind die Ursachen für die Durchfälle meistens harmlos. Denken Sie. Wann aber müssen Sie sich Gedanken machen, ob hinter Ihren Durchfallattacken, unregelmäßigen Bauchschmerzen, vielleicht ein komisches Völlegefühl doch mehr stecken könnte? Und woran können Sie erkennen, ob es sich bei Ihren Beschwerden um den sogenannten Morbus Crohn handelt? Mein Name ist Dr. Tobias Weig und ich möchte auf meinem Kanal Medizin nicht verständlich und korrekt über wichtige Gesundheitsthemen, Krankheiten und vor allem auch deren Prävention aufklären. Was genau ist eigentlich Morbus Crohn? Viele Menschen haben schon mal irgendwie von Morbus Crohn gehört. Die meisten wissen aber nur, dass es dabei sich um eine Erkrankung irgendwie mit dem Darm handelt. Aber worum handelt es sich dabei genau? Per Definition ist Morbus Crohn eine chronisch entzündliche Erkrankung, die den gesamten Magen-Darm-Trakt und zwar quasi vom Mund bis zum After befallen kann. In der Regel sind aber nur begrenzte Abschnitte betroffen, also nicht alles durchgehend. Überwiegend sind der letzte Abschnitt des Dinnendarms, der Dickdarm und auch noch der Enddarm entzündet. Die Entzündungen betreffen nicht nur oberflächlich die Darmschleimhaut, sondern alle Schichten der Darmwand und treten meist so punktuell auf, unterbrochen von gesunden Darmabschnitten. Also hier ist wieder vielleicht ein bisschen was entzündet, dann kommt wieder so viel Gesundes, dann kommt wieder was entzündet. Das heißt, der Befall ist nicht kontinuierlich. Das ist ein wichtiger Unterschied zu einer anderen chronisch entzündlichen Darmerkrankung, nämlich zur sogenannten Colitis ulcerosa. Tückisch jetzt am Morbus Crohn ist, dass die Krankheit in unregelmäßigen Schüben verläuft. Ein akuter Schub kann nur wenige Tage dauern, kann aber auch über mehrere Wochen andauern. Wenn also eine beschwerdefreie Phase kommt, und das ist jetzt wichtig, wenn eine beschwerdefreie Phase mal kommt und die Entzündungen zurückgehen, sind die Durchfälle, auch die anderen Symptome ja wieder wie weggeblasen. Und genau das macht auch die Diagnose so schwierig. Natürlich für Betroffene ganz schlimm, aber auch für den Arzt eine Herausforderung. Gehen Sie zum Arzt, bekommen Sie vielleicht irgendeine Therapie und dann geht es weg. Und man denkt, ach ja, ich hatte XY, weil die Therapie dafür gewirkt hat. Aber eigentlich ist man nur in einem schubfreien Intervall. Und das ist natürlich wirklich extrem kacke und ein großes Problem. Natürlich auch für uns Ärzte. Oder, was auch oft vorkommt, Sie als Patient lassen sich dann dazu verleiten, die geplante Untersuchung beim Arzt vielleicht wieder zu verschieben. Ach ja, war wahrscheinlich doch nur ein Virus, war wohl Magen, Darm. Oder, ja, ich hatte einfach in letzter Zeit so viel Stress. Das sind dann Begründungen, mit denen wir uns vielleicht auch selbst beruhigen wollen. Ich will gar nicht sagen, dass es Ausreden sind, logisch, sondern man oft glaubt, man ist wirklich wahrscheinlich. Oder wir ahnen, dass mal was Ernstes dahinter steckt, dass diese Schmerzen im Unterleib immer wieder kommen, so schlimm sind. Das kann nicht so normal sein. Aber wir begehen, weil es bequemer ist, lieber so eine Art Vogelstrauß-Politik und hoffen, dass die Beschwerden jetzt überstanden sind und es sich von alleine löst. Aber nein, tut es in den allermeisten Fällen leider nicht. Und so verlieren wir nur wertvolle Zeit, in der schon mit einer gemeinsamen oder geeigneten Therapie hätte begonnen werden können. Spätestens, wenn der nächste Schub nämlich kommt, und der wird leider kommen, diesmal vielleicht sogar noch heftiger als der letzte, wird der Gang zum Arzt unumgänglich. Was sind Symptome und mögliche Komplikationen von Morbus Crohn? Wie schon angesprochen, zeigt sich Morbus Crohn vor allem durch häufigen und meistens schleimigen Durchfall. Für Betroffene absolut herausfordernd. Senkt für manche Betroffene extrem die Lebensqualität. Schmerzen oft so im rechten Unterbauch. Entzündungen werden nicht selten auch von Fieber begleitet. Durchfall oder Verstopfung, verminderte Nährstoffaufnahme. Man kann da irgendwie auch nichts essen. Man fühlt sich ständig müde, schlapp, hat einen Nährstoffmangel. Auch ihr Appetit lässt nach. Es bleibt natürlich nicht aus, dass sie dadurch langfristig an Gewicht verlieren. Und in diesem Fall sind ein paar Kilo weniger auf den Rippen ausnahmsweise mal kein Grund, logischerweise zur Freude. Wenn da mal wieder eine Phase kommt, wo sie vielleicht keine Symptome haben, da essen sie vielleicht alles, weil sie glücklich sind, dass sie irgendwie alles vertragen, alles essen können. Ist quasi auch immer wie so eine Achterbahn. Und das ist natürlich extrem herausfordernd. Und neben diesen typischen Symptomen gibt es auch noch sogenannte sekundäre Symptome, die sie wahrscheinlich bisher gar nicht mit einer Darmerkrankung Verbindung gebracht haben. Und wenn Sie jetzt glauben, dass Sie Morbus Crohn haben, dann ist es ganz wichtig, diese sekundären Symptome mal zu kennen, zu hören. Zusätzlich, nämlich treten bei Morbus Crohn häufig Gelenkentzündungen, Augenentzündungen, entzündliche Hautveränderungen auf, die sich zum Beispiel durch so kleine rote Knoten an den Schienenbeinen als Beispiel bemerkbar machen können. Und da die Schleimhäute im Darm ja oft über einen längeren Zeitraum entzündet sind, dadurch zum Beispiel verminderte Nährstoffaufnahmen etc., kann es natürlich auch noch zu Komplikationen kommen. Dadurch, dass die Nahrungsmittel schnell wieder aus dem Körper befördert werden, bleibt dem Verdauungstrakt nicht genügend Zeit, die Nährstoffe aufzunehmen. Es kann eine Unterversorgung kommen, und das ist leider nicht selten mit Nährstoffen. Deswegen ist es so wichtig, wenn Sie Morbus Crohn haben oder allgemein eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, gerade auf die Ernährung zu achten. Denn ansonsten kann daraus eine Mangelernährung entstehen. Die Entzündungen verursachen außerdem häufig Absesse, Fisteln, Geschwüre, die besonders im Enddarmbereich zu finden sind. Und solche Verwachsungen im Enddarmbereich sind oft schon ein erster Hinweis darauf, dass Sie an Morbus Crohn leiden können. Oft sind die dann auch der Grund, warum man zum Arzt geht, warum man auch operiert werden muss. Besonders schwerwiegende Komplikationen sind ein Darmverschluss, kann auch tatsächlich lebensgefährlich werden, Bauchfellentzündungen. Wenn Morbus Crohn nicht behandelt wird, steigt auch Ihr Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Wodurch entsteht Morbus Crohn und wie groß ist das Risiko, dass Sie daran erkranken? Etwa 120 von 100.000 Menschen leiden in Deutschland an Morbus Crohn. Die Tendenz ist besonders in den Industrieländern, bei uns in Deutschland, ansteigen. Das könnte zum Beispiel mit übertriebenen Hygienemaßnahmen und einer tendenziell ungesunden Ernährung in den Industrienationen bei uns liegen. Genaue Gründe weiß man aber nicht. Manchmal ist man auch völlig überrascht, sagt, man lebt doch gesund, man ernährt sich gesund, man bekommt Morbus Crohn. Vielleicht hat man eher Stress, ist einem vielleicht gar nicht so bewusst. Die gute Nachricht ist, die Lebenserwartung ist durch eine Erkrankung an Morbus Crohn so gut wie nicht eingeschränkt. Ich habe gesagt, es gibt ein bisschen erhöhtes Risiko für Darmkrebs. Aber wenn Sie Morbus Crohn haben, dann ist es natürlich auch wichtig, gerade Ihren Darm regelmäßig zu checken, Stichwort Darmspiegelung zu machen. Der erste Schub kommt meist so im Alter zwischen 20. und 30. Lebensjahr. Auch in der Jugend kann die Krankheit schon ausbrechen, besonders bei Jugendlichen. Es muss darauf aber geachtet werden, dass es durch die eingeschränkte Nährstoffaufnahme logisch zu Wachstumsstörungen kommen kann, zu Verzögerungen der körperlichen Entwicklung kommen kann. Meist muss man aber sagen, bei Jugendlichen wird an Morbus Crohn noch gar nicht gedacht. Generell steht meist ein Arzt-Odyssee an, habe ich ja gerade gesagt, weil es so herausfordernd ist. Ein Eintreten der Erkrankung nach dem 50. Lebensjahr ist auch noch möglich, aber nicht mehr so oft. Sie sehen, letztlich niemand ist wirklich davor gefeit. So genau weiß man leider noch nicht, was also der Auslöser für Morbus Crohn ist. Aus nicht, nennen wir es mal, geklärten Gründen entscheidet sich das körpereigene Immunsystem mit Entzündungen im Darmtrakt, chronische Entzündungen, auf äußere Einflüsse zu reagieren. Also der Darm reagiert dann auf äußere Einflüsse, dann kommt immer mal wieder ein Entzündungsschub und dazu muss man wissen, dass der größte Teil unseres Immunsystems ja im Darm sitzt. Normalerweise werden die guten Bakterien im Darm, Darmflora, von unserem Immunsystem nicht angegriffen, logisch. Schließlich sind sie ja wichtig für unseren gesunden Verdauungsprozess und der Körper schadet sich ja nicht selbst, eigentlich. Gleichzeitig muss das Immunsystem im Darm aber auch darauf achten, dass es die schlechten Bakterien, die uns krank machen können, logisch eliminiert. Und wenn sich das Immunsystem dann praktisch in Bezug auf gute oder schlechte Bakterien irrt leider, kann das der Auslöser für Entzündungen sein. Bei Morbus Crohn handelt es sich jetzt also nicht um eine echte Autoimmunkrankheit, sondern eher um eine, man nennt es Irritation des Immunsystems im Darm. Man nennt das Barriereerkrankung. Die genetische Veranlagung kann bei Morbus Crohn eine Rolle spielen. Genetik immer wichtig bei Erkrankungen. Inzwischen kennt man mehr als 150 genetische Veränderungen, die das Risiko zu erkranken erhöhen können. Sollte also in Ihrer Familie bereits Fälle von Morbus Crohn aufgetreten sein, ist für Sie die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung um etwa 25% höher als bei anderen Menschen. Begünstigt wird eine Morbus Crohn-Erkrankung noch durch. Und jetzt kommen Risikofaktoren, die Sie beeinflussen können. Rauchen, bestimmte Medikamente, zum Beispiel die Antibabypille oder auch durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Süßigkeiten stehen ebenfalls im Verdacht, den Ausbruch von Morbus Crohn zu fördern. Zumindest dann, wenn man Schübe hat, wenn man schon Morbus Crohn hat, dass diese Entzündungsschübe wiederkommen. Das heißt, man muss selber auch schauen, was sind sozusagen Auslöser, dass immer wieder ein neuer Schub kommt. Mit welchen Untersuchungen stellt der Arzt fest, ob ich am Morbus Crohn leide? Jetzt gehen Sie zum Arzt. Was macht nun der Arzt? Wie kriegen Sie Gewissheit, dass Sie am Morbus Crohn haben? Wie gesagt, meistens ist es ein Arzt-Odyssee. Herausfordernd ist es nun mal, aber auch aufgrund dieser Intervallen oder Phasen, wo man sozusagen frei ist von Beschwerden. Sie gehen zum Gastroenterologen typischerweise, Magen-Darm-Spiegelung sehr oft. Natürlich tastet man den Bauch ab, man hört ihn ab, Anamnese-Gespräch, Stuhleprobe, Blutprobe, Laborprobe. Besonderes Augenmerk wird auf verschiedene Entzündungsmarker gelegt. Chronische entzündliche Darmerkrankung, habe ich ja gesagt. Die Zeichen einer Blutarmut, ob man die hat. Den Mangel an bestimmten Nährstoffen immer ganz wichtig. Also, wenn Sie eine chronische entzündliche Darmerkrankung haben, immer daran denken, gerade bei den Kontrolluntersuchungen, Nährstoffe untersuchen. Erhärtet sich nun der Verdacht, folgen die nächsten Untersuchungen durch bildgebende Verfahren, Ultraschall, Röntgen, MRT. Um die Diagnose endgültig zu festigen, wird aber zur Sicherheit auch meistens noch eine Darmspiegelung, wie gesagt, gemacht mit einer Gewebeentnahme. Letztlich, wenn man das Gewebe entnimmt und sich die Zellen beim Pathologen anschaut, der kann dann schon ziemlich genau sagen, ob es sich um Morbus Crohn handelt oder nicht. Wie wird Morbus Crohn behandelt und was kann ich selbst dafür tun, dass es mir besser geht? Ganz entscheidende Frage, wenn Sie jetzt Morbus Crohn haben. Morbus Crohn ist leider nicht heilbar. Das Ziel der Therapie ist es, die Beschwerden zu stoppen, gegebenenfalls die Schübe hinaus zu zögern. Zur akuten Behandlung von Schüben werden Sie von Ihrem Arzt Durchfallmedikamente bekommen, wie Loperamid zum Beispiel, entzündungshemmende Medikamente, Kortison zum Beispiel. Kortison gilt ja als Entzündungskiller schlechthin, kennt jeder wahrscheinlich. Leider hat Kortison auch eine Menge Nebenwirkungen, muss man wissen. Und man geht jetzt natürlich stufenweise vor. Das heißt, sollten die entzündungshemmenden Medikamente, die man im ersten Schritt gibt, nicht den gewünschten Erfolg bringen, nimmt man quasi immer stärkere Medikamente. Man kann dann auch Medikamente geben, die das Immunsystem teilweise unterdrücken. Dadurch verringern sich die Entzündungsherde im Darm gut, aber der nicht erwünschte Nebeneffekt ist dabei natürlich, dass das Immunsystem generell natürlich runterfährt und man zum Beispiel anfälliger wird für Erkältungsviren, Grippelviren etc. Es gibt keinen Königsweg zur Behandlung von Morbus Crohn, muss man wissen, sondern die Medikamente, die man bekommt, die müssen individuell auf den Patienten angepasst werden. Das ist schon mal gut. Also kein Gießkannenprinzip. Was dem einen hilft, muss für den anderen nicht genauso gut sein. Es gibt keine Lösung. Morbus Crohn ist leider nicht heilbar. Man unterdrückt sozusagen die Medikamente. Und ganz viel, muss man sagen, gehört quasi auch Ihnen, nämlich auf die Ernährung mitzuachten. Eine Sache noch, man kann natürlich den Entzündenteil des Darms operativ entfernen. Das ist quasi dann immer so die letzte Lösung, die man noch hat. Für Betroffene ist gerade so eine Operation natürlich sehr herausfordernd. Auch mehr Einfluss auf die Lebensqualität kann das haben. Wichtig für Sie, Achtung, Sie müssen unbedingt unterscheiden oder sollten unterscheiden, ob Sie selbst sich gerade in einer akuten Schubphase befinden oder im Moment beschwerdefrei sind. Das ist ganz entscheidend. Während man in der beschwerdefreien Zeit auf eine leichte, nährstoffreiche Vollkost mit ausreichend Ballaststoffen und Probiotika zurückgreifen sollte, sollten Sie während der Akutphase Ballaststoffe komplett meiden. Und sowas muss man erstmal wissen. Das ist Ernährungsmedizin par excellence sozusagen. Da muss man drüber aufgeklärt werden, klar. Stattdessen sollten Sie in dieser Zeit auf Schonkost oder Flüssignahrung umsteigen, im akuten Schub. Hilfreich sind außerdem Kräutertees, logisch, die den Darm beruhigen. Sie können zum Beispiel getrost Fenchel, Kamillentee trinken. Versuchen Sie außerdem Ihre Lebensumstände Ihrer Krankheit anzupassen. Vermeiden Sie Stress, psychische Belastung. Ich weiß, leichter gesagt als getan, gerade wenn man unter so einer Krankheit leidet. Denn das kann vermutlich die Intensität der Schübe negativ beeinflussen. Natürlich lassen Sie Stresssituationen im täglichen Leben nicht immer vermeiden. Klar, aber vor allem, da Sie aktiv im Alltagsleben teilnehmen möchten und auch sollen ist es ganz wichtig zu wissen, Stress beeinflusst gerade den Darm, gerade das Immunsystem. Und das ist ja das, was bei Ihnen schon sehr herausgefordert ist. Finden Sie also Lösungen oder Sachen, wie Sie damit umgehen können. Meditation, Yoga, autogenes Training. Auch Bewegung und Sport können natürlich wahre Wunder bewirken. Sie helfen nicht nur beim Stressabbau, sondern fördern generell den Rückgang von Entzündungen im Körper. Und ganz klar, wenn Sie Morbus Crohn haben, hören Sie unbedingt mit Rauchen auf. Denn der Nikotingenuss kann den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen. Laut einer Studie haben Raucher eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schwierigen Krankheitsverlauf und für häufigere Krankheitsschübe. Also vielleicht ist das ein Grund, mit dem Rauchen aufzuhören. Das gleiche gilt für logisch Alkohol, den Sie, wenn Sie es schon trinken, dann nur in sehr geringen Maßen genießen sollten. Am besten gar nicht. Man darf auch nicht unterschätzen, wie sich die Krankheit auf Ihr alltägliches Leben auswirkt. Logisch. Während der Akutphase, um das nochmal zu unterscheiden, während der Akutphase, wenn Sie also ein Problem haben, stärkste Schmerzen, können Sie fast das Haus nicht verlassen, ohne zu wissen, wo sich vielleicht die nächste Toilette befindet. Lebensqualität sinkt rapide ab. Das kann sich stark einschränken und es mag Ihnen unangenehm sein, immer fremde Toiletten aufzusuchen. Vor allem die Mitmenschen haben vielleicht auch kein Verständnis, weil sie gar nicht verstehen, was sie haben. Alltägliches, wie beispielsweise zu einkaufen gehen, wird schon zur Herausforderung. Viele Menschen belasten diese Einschränkung so sehr, dass sie nach gewisser Zeit mit Depressionen kämpfen. Und hier weiß man leider auch, gibt es eine Korrelation zwischen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und verhäuften Auftreten von Depressionen. Deswegen frühzeitig psychotherapeutische Unterstützung suchen. Selbsthilfegruppen besprechen gerade das auch sehr oft. Das ist ein wichtiges Thema. Wenn Sie jemanden mit Morbus Crohn also kennen, dann gerne leiten Sie das Video weiter. Und Sie selbst, haben Sie Verständnis für diese Erkrankung? Von außen sieht man sichtbar vielleicht völlig gesund aus, aber man hat eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die sehr Lebensqualität mindern für die Betroffenen ist. Das sollte man wissen und deswegen auch sehr sensibel damit umgehen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.